Karaliningrad liegt südlich des Baltikums an der Ostsee. Die russische Oblast hat eine Fläche von rund 15.000 Quadratkilometern und ist damit in etwa so groß wie das deutsche Bundesland Schleswig-Holstein, hat jedoch nur gut eine Million Einwohner. Die Oblast grenzt an die beiden EU-Mitglieder Litauen im Norden und Polen im Süden. Somit hat sie keine Landverbindung zum restlichen russischen Staatsgebiet und ist über 1000 Kilometer Luftlinie von der Hauptstadt Moskau entfernt. Wie kommt es dazu? Werfen wir einen Blick auf die Geschichte. Hier die Grenzen des Deutschen Reichs Anfang der 1930er Jahre. Ostpreußen ist durch den polnischen Ostseekorridor vom restlichen Staatsgebiet getrennt. Östlich davon liegt die UdSSR. Neben anderen Grenzveränderungen, die im Laufe des Zweiten Weltkriegs und danach durchgeführt werden, betreibt die Sowjetunion die sogenannte Westverschiebung Polens. Polen verliert seine Gebiete im Osten an die UdSSR. Deutschland verliert seinerseits die Ostgebiete, das heißt alle Territorien östlich der Oder-Neiße-Linie. Und zwar größtenteils an Polen. Ostpreußen allerdings wird geteilt. Der südliche Teil und die Stadt Danzig gehen an Polen, während das nördliche Drittel an die UdSSR geht. Die neuen Grenzen inklusive der zwei deutschen Staaten verlaufen wie hier zu sehen. Das in Kaliningrad umbenannte Gebiet wurde jedoch nicht in die angrenzende litauische Sozialistische Sowjetrepublik integriert, sondern der russischen Sozialistischen Föderativen Sowjetrepublik zugeschlagen. Als sich 1991 die UdSSR auflöste und die verschiedenen Teilrepubliken im Baltikum, Belarus und die Ukraine ihre Unabhängigkeit erlangten, verblieb das Gebiet Kaliningrad bei Russland. Deutschland hat die neuen Grenzen übrigens endgültig im 2 plus 4 Vertrag 1990 anerkannt. Das heutige Kaliningrad ist also eine russische Exklave an der Ostsee, das von EU-Staaten umgeben ist. Werfen wir einen genaueren Blick auf die Oblast. Das Gelände der Oblast ist insgesamt relativ flach. Im Südosten befindet sich das Wüstiter Hügelland, das auf russischer Seite bis zu 230 Meter hoch ist. Hier befindet sich auch der Wüstiter See, der die Grenze zu Litauen bildet. Weiterhin verläuft diese Grenze größtenteils entlang des Flusses Memel. Ebenfalls von Bedeutung ist der Prägel, der durch den Zusammenfluss zweier weiterer Flüsse entsteht und ins frische Haff mündet. Das Haff ist durch die Landzunge frische Nährung fast vollständig von der Ostsee getrennt. Die einzige natürliche Öffnung ist das sogenannte Pillauer Tief. Seit 2022 besteht auf polnischer Seite ein künstlich angelegter Kanal. Analog dazu befindet sich im Norden die Kurische Nährung und das Kurische Haff, das mit über 1500 Quadratkilometern, von denen gut zwei Drittel zur Oblast Kaliningrad gehören, dreimal so groß ist wie der Bodensee. Dabei ist es jedoch nur wenige Meter tief. Kaliningrad befindet sich in der gemäßigten Klimazone und weist deutlich kontinentale Eigenschaften auf, mit kalten Wintern und warmen Sommern. Zur Tierwelt der Oblast gehören zum Beispiel Elche, Hirsche und Rehe. Wölfe wurden in den 1970er Jahren komplett ausgerottet, dringen aber hin und wieder aus den Nachbarländern in die Region ein. 90% der Einwohner sind Russen. Kleinere Minderheiten sind Ukrainer, Belarusen oder Armenier. Amtssprache der Oblast ist Russisch. Hauptstadt der Oblast ist die gleichnamige Stadt, früher Königsberg genannt. Hier leben knapp 500.000 Menschen und damit praktisch die Hälfte der Einwohner der Region. Weitere Städte sind Savjetsk, früher Tilsit, Stadt nach der die Käsesorte benannt ist. Baltisk, früher Pillau. Svetli, der deutsche Name war Zimmerbude. Und Svitlagorsk, früher Rauschen. Die Wirtschaft der russischen Oblast leidet seit dem Ende der Sowjetunion unter dem Exklavenstatus. Die Einrichtung einer Sonderwirtschaftszone konnte kaum Erfolge vorweisen. Ein Standortvorteil sind jedoch die im Winter eisfreien Häfen. Im ländlichen Kaliningrad spielt die Landwirtschaft eine große Rolle, teils zur Selbstversorgung. Angebaut wird besonders Getreide, vor allem Weizen und Mais. Weiterhin spielt der Fischfang eine sehr große Rolle, mit wichtigen Fischereihäfen in Kaliningrad, Dianerski und Svetli. In der Oblast liegen 90% der weltweit bekannten Bernsteinvorkommen. Daneben gibt es kleinere Ölvorkommen vor der Küste. Die Industrie ist stark auf die Hauptstadt Kaliningrad konzentriert. Wichtige Sektoren sind der Fahrzeugbau, Schiffbau und die Nahrungsmittelindustrie. Darüber hinaus hat Kaliningrad durch die exponierte Lage für Russland eine große militärische Bedeutung. Die baltische Flotte der russischen Marine ist in Baltisk beheimatet, während sich das Hauptquartier in Kaliningrad befindet. Auf dem Gebiet der Oblast befinden sich drei Militärflugplätze sowie weitere militärische Einrichtungen, darunter ein großer Truppenübungsplatz. Schätzungen gehen davon aus, dass sich das militärische Personal in der Oblast auf bis zu 200.000 Personen belaufen könnte. Rund um Kaliningrad befindet sich ein unvollständiger Autobahnring, sowie Autobahnen Richtung Osten und Richtung Norden. Daneben verfügt die Oblast über ein Eisenbahnnetz von über 600 Kilometern Länge, in russischer Breitspur, das alle größeren Ortschaften miteinander verbindet. Darüber hinaus bestehen Eisenbahnverbindungen ins russische Kernland. Für die Reise von Kaliningrad ins Kernland ist jedoch sowohl auf der Straße als auch auf der Schiene ein Transitvisum erforderlich. Visumfreie Reisen sind nur per Flugzeug oder per Schiff möglich. Der einzige internationale Flughafen befindet sich bei Hrabrawa, nördlich von Kaliningrad. Eine Fährverbindung in die Gegend von St. Petersburg besteht vom Hafen Baltisk. Der Hafen von Kaliningrad ist wiederum für den Güterumschlag besonders wichtig. Und damit endet die heutige Folge zu Kaliningrad. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.